In MySpace ist schon bekannt geworden, dass wir in der Branche eigentlich die Verkuppler-Band sind. Bei uns landen fast täglich immer die Arme schön hoch, ne? Kommt, kommt. Ich bin noch gleich fertig mit der Zähne. Ich fasse mich kurz. Bei uns im Netz posieren tagtäglich Dankschreiben, die sagen, ja, vielen, vielen Dank, dass wir bei euch auf dem Konzert waren. Wir haben jetzt zwei Kinder, sind verheiratet. Manchmal auch. Ja, und das passiert wegen diesem folgenden Lied. Also Arme hoch, vielleicht trifft es euch ja dann auch. Einfach eine Person neben euch anfassen. Männlein, Weiblein, scheißegal. Angucken, wenn es gefällt. Telefonnummern. Verdum ist schon mal bereit. Das nächste Lied, das letzte Lied geht über 23 Minuten. Wer es schafft, glaube ich so ungefähr, ich weiß es nicht genau. Wer es schafft, das ganze Lied über die Arme hochzuhalten und seinen Nebenpartner und die Partnerin hier, ja, ja, angefasst zu lassen, der darf uns nach der Show bitte gerne das ersehnte Bier ausgeben. Vielen Dank. Das ist nicht das Schöste. Wir sind, wir sind allein. Wir sind, wir sind allein. Wir sind, wir sind 선배in. Wir sind, wir sind центр Tiesen und weiß. Wir sind, wir sindin, wir sind downward. Wir sind, wir sind 스� Wir singen die Lieder von uns letztendlich, der so gut geschehen. Denn jeder ist allein, und sein Weg allein geht. Das ist so schon hart genug, und davon, um es zu verstehen. So viel Wärme, so viel Kraft, wie ein Mensch allein ist. So viel Wärme, so viel Kraft, wie ein Mensch allein ist. So viel Wärme, so viel Kraft. So viel Wärme, so viel Kraft, wie ein Mensch allein ist. Und jetzt wird es richtig. So ist mit dir geschliffst, Männer und Frauen, die du nicht kennst. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.